Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute öffnen wir die Kwayyutzu V-Union Spezial-Kredition. Es gibt ja 3 Städte von Mewtwo, hier Kwayyutzu und Session. Wir haben schon Mewtwo und Session geöffnet. Und jetzt hier Kwayyutzu noch von hinten. Leute, da ist irgendwie so ein Kleber. Ich weiß nicht, ob man das gut in der Kamera sehen kann. Hier sieht man das. Auf jeden Fall, die jüngeren Karten nutzen wir manchmal zum Beispiel. Es sind immer so 4 kleine oder normale Karten und zusammengegeben die eine große. Hier ist mal die große von Kwayyutzu. Ziemlich cool eigentlich. Dann hier 4 Packs. Und dann hier noch die anderen Karten. Dann haben wir hier noch einmal Professor Wernett. Die ist immer ja dabei. In allen Boxen. Dann schauen wir mal der Code. Und hier die Karten. Wir fliegen die eben jetzt einfach schon einmal ein. Das dauert immer so lang, Karten hintereinander immer so einzuschliegen. Das nervt mich eigentlich auch sehr oft. Ja, nur noch eine Karte. Hier ist Kwayyutzu. Finde ich auch sehr cool, wie gesagt. Und wir fangen jetzt mit den Packs an. Erstmal mit Schwertenschild. Was ich irgendwie nicht aufbekomme. Hier der Code. Eine Blitzenergie. Rüpel, Fontimiel. Kickler. Ein Armführer. Rihorn. Kloktapus. Goldini. Roselia. Nebulak. Gala. Mozinga. All zwölf Wurst und dahinter. Leider nur in Liberlu. Weiter mit Farbenschlag. Hier der Code. Eine Vassmigi. Dronenrothum. Ein Urgel. Potrott. Gala Mautzi. Ein Janma. Ähh, Fampi. Ja? Pipi. Spritzelblitz. Vielleicht inermalsing oder leider nur in Zaplerang. Wo wir was und dahinter sind. Ein Deleon Hulu. Besser als Nils. Noch zwei Packs. Einmal Kamsstile und einmal Garamani. Hier ist erstmal der Code. Eine Pflanze nenne die Connys Fokus. Töndels und Lichts. Phonifras, Flank, Gramox, Taragosum, Purmel, Krebs, Korps oder ja. Zwei Proversen dahinter. Ein Drapfel-V. Sehr, sehr cool eigentlich. Und das letzte Pack ein Drachenwandel. Ich würde sagen, wir machen mal ein Skibdy Pack. Wablu. Hops, was oder ja. Und genau. Kieselin Kotomi. Und ein Zohua Hulu. Sehr, sehr cool eigentlich. Und, ähm, noch Metall und die Roy Spielzeugfänge. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Meine Damen und Herren. Wie. 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 Vielen Dank.